so und damit herzlich willkommen zurück zu neck nach zwei tagen pause leider tut mir leid da habe ich irgendwie falsch aufgenommen ich weiß auch nicht ich hatte keine folgen auf dem rechner ich kam aus dem urlaub zurück gucke scheiße ich weiß gar nicht haben waren wir hier auch das letzte mal ich hätte mir noch mal die letzten folgen angucken müssen aber ich glaube ja mir kommt das bekannt vor wir spielen einfach mal hier weiter so dann habe ich mich mal ein bisschen organisiert sage ich mal ich habe mir im urlaub ein paar bisschen ausrüstung neu geholt und zwar ihr könnt mir jetzt jederzeit auf twitter und facebook schreiben ich habe hier nebenbei nämlich ein kleines tablet wo ich die ganze zeit gucken kann die fragen werde ich mitten mitten in der aufnahme beantworten das ist primäre erneuerung das gab es auf youtube noch nicht und gleich zu anfang mal ein abonnent von mir und zwar der ist heißt er schreibt du musst mehr werbung für deine videos machen sonst bekommst du keine aufrufe ich habe zwar auch nicht mehr als du ich abonniere ich aber dennoch ist zwar ein sehr nett gemeint aber ich sage euch das gleich ich kann bei youtube folgendes nicht machen ich kann bei youtube folgendes nicht machen und zwar bei anderen kommentieren das geht bei mir nicht der werde wenn ich das klicke wenn ich darauf klicke wird immer geht immer ein pop-up fenster auf wo ganz kurz google plus steht und irgendwas teilen sie mit und dann ist es wieder weg bei google plus selber und bei youtube kann ich nichts dessen einstellen und ja daher kann ich halt nicht kommentieren dass er oder werbung machen das müsstet halt freundlicherweise ihr dann machen auch schon ich habe mehr als ein monat kein neck mehr gespielt zieht man auch am lebensbalken noch mal und was mich auch richtig abfuckt ich kann mein kanalbild nicht mehr ändern ich werde dann in mein google in docs weitergeleitet beziehungsweise in meinen online speicher von google gibt da mein passwort ein und dann habe ich nur noch ein weil ein weißen screen und das war's ja ist ja gut ich weiß gar nicht mehr die tastenkombis kann ich die tastenkombis irgendwie muss ich mal ausprobieren so war schon sehr erholsam der urlaub muss ich sagen aber ich habe auch teilweise richtig angst gehabt und zwar war ich in italien und habe da gedacht ja das wird halt ein schön erholter sommer urlaub ich meine die aussicht vom notellzimmer war granios aber was mich gestört hat waren einfach die straßenverhältnisse das war einfach nicht mehr das war einfach nicht mehr normal die sind da gefahren schlau die weichen sogar zurück aha rolltreppen 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 und jetzt so läuft die pampe die straßen die waren in italien so dermaßen eng und kehrtwänden in den bergen oh wer ist das denn moin neuer rekrut achja das war ah spastard und du auch die kehrtwänden die serpentinen die waren so dermaßen eng dass wir mit dem auto zurücksetzen mussten da damit ne damit wir mit dem auto überhaupt da rum kommen das war echt scheiße eng aber von der landschaft her muss ich sagen unglaublich geil alter von der landschaft her unglaublich geil also lohnt sich gut aber gehen wir dann mal wieder zurück in den alter hä in den alltag was war das denn morgen muss ich dann wieder ein famous aufnehmen da freue ich mich auch schon drauf allgemein dieses jahr freue ich mich auf total viele spiele und was mir aufgefallen ist unglaublich viele rennspiele muss ich sagen the crew project cars for the horizon 2 da sind allein schon 3 sims 4 das habe ich mittlerweile schon rolltreppen 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 sims 4 habe ich mittlerweile schon da gibt es noch mehreres assistance creed unity gibt es ja noch also was es dieses jahr an spiele gibt die ich mir holen werde das ist der wahnsinn so haben wir hier noch irgendwie special oder sowas nix nein komm schon gleich mal ein erfolgs erlebnis kranker typ zu der sache wegen kommentare schreiben oder warum ich mein kanalbild nicht ändern kann müsste ich auch mal ein video machen damit ihr mal seht wie das auch wie das bei mir abläuft hallo hallo boah krank wie gemein von da oben holltreppen ja jetzt schilder mal dein leben ist hier hinten noch irgendwo was nix trisst mich nicht oh die kopfhörer sitzen so eng auf einmal was ist denn da ne batma nein Gott ach komm es gibt es nicht richtig kacke diesmal habe ich mich auch im ausgerüstet ihr trinken hingestellt und so weiter ist das schön ich meine gebt doch ruhe zack letztens habe ich left for dead online gespielt er vor der zwei und da bin ich eine sehr charmante jungen dame begegnet die übrigens unglaublich gut spielen kann lauf 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 was ein service vergewaltigung sie bleiben bitte hier drin bis alles geklärt ist wunderschönes zimmer hat die schönste aussicht im ganzen schloss waren wir wirklich so berechnen war katrina ja waren sie doktor sie wollen die wahrheit es schmerzt mich sie sind so talentiert und doch bekommen sie nichts hin außer projekten wie diesem widerspenstigen maskottchen aber victor er hat visionen beobachten und lernen sie die welt wird sich ändern und er bewirkt diese veränderung die wahrheit ist ich hoffe es gefällt ihnen hier drin denn sie werden keinen schritt hier raus tun ehe sie sich zusammenreißen und mit victor zusammen statt gegen ihn arbeiten oh und lukas das hier musst du verloren haben ich dachte du könntest es vielleicht brauchen kapitel 6 vers 2 sage ich mal hallo so jetzt hat festgestaktes aktiviert akkacke moment äh da 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 so so wieso hat er mich denn jetzt raus geworfen so die amelie hm na läuft schon tschusch Tricksal. Oh yeah. Ganz viele Leuchtsteine. Hier ein Special. Nichts. Höhle sieht doch geil aus. Ich hoffe, das neckt mich alt. Au. Alter. Richtige MGs. Tschüss. Oh geil, Relikte. Hey, Speedy. Wow. Richtig Speedy hier. Goppa. Ich habe Kreis statt X gedrückt. Speedy Gonzales. Ciao. So. Ah, da ist ein Special. Da ist ein Special. Ganz viele Leuchtsteine. Das war jetzt auch nicht so die Menge, aber YOLO. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie bei neck irgendwie ein Update oder sowas, aber ne. Was? Was? Ich habe X gedrückt. Ich habe schon wieder X gedrückt. der ist krass. Der ist krass. Jetzt komm her. Der ist übel, ey. Oh, geil. Wetten, die fangen an zu rollen? Ich wette es. Geil mit Holz. Oh, yeah. Papa ist zu Hause. Holz. Das habe ich gesehen mit meinem geübten Gamer-Auge. Moin, mein Sohn. Erstmal auf die Fresse hier. Spost. Und noch mehr. Holz. Special Effects. Ah, ich brenne. Huch. Oh, ganz viel Holz. Oh. Ah, brenne. Nichts viel weg. Ich werde immer kleiner. Oh, nein. Hose. Ah. Also, das muss ich echt sagen. Die Kameraeinstellung ist ab und an mal echt kacke. Oh, ich habe gleich alles in Holz verloren. Oh. Daddy ist zu Hause. Und heiß wie der Wind. Drecksäcke. Leuchtstein. Nehmen wir alles mit. Und die Folge hat auch schon 16 Minuten. Ich werde auch gleich eine... Einen Schnitt ma... Ah. Machen. Haha. Yeah. Mal sehen, was da drin ist. – Ja. – Ja. – Ja.